So, da sich beschwert wurde, dass zu viele neue Karten gemacht wurden auf dem Channel bisher, bin ich mal richtig alt geworden. Renaissance, 8 Spielkarten, Deckmaster Series, ein Spiel von Richard Garfield, herausgegeben von Wizard of the Coast. Das fühlt sich so an. Dominia ist reich an Sagen und namenreicher Vergangenheit. Geil. Gehört zur Erweiterung... Ah, Renaissance erhält Karten. Wow, wie cool. Hier auf dem Booster steht drauf, aus welchen Karten in Renaissance Karten sie können. Legend, Antiquities, Arabian Nights, The Dark. Kein Result des Karten soll ich weiß. Oh, ich will das gar nicht aufmachen. Oh mein Gott. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ja, jetzt ist zu spät, jetzt ist es offen. Na kommt. Na, wirst du wohl. Ich weiß, dass das... Okay. Ich hab keine Ahnung, wo hier die Rares sind. Ich hab keine Ahnung, wo hier die Ankammens sind. Ich hab keine Ahnung, was hier was ist. Wir haben hier einen Zauberlehrling. Drei Mana, 0,1. Für ein blaues Mana tappen. Erhöht ihren Mana-Vorrat um drei Farblose. Gull. Kenn ich gar nicht auch die Karten. Oh mein Gott. Wie die sich anfühlen. Befestigtes Gebiet. Drei Mana, Verzauberung. Alle Mauern unter deiner Kontrolle gewinnt Bündnisfähigkeit. Und halt, plus 1,0. Wie kann der mir jemand bei Bündnisfähigkeit in den Kommentaren erklären? Twiddle. Oh mein Gott. Ein Mana. Spontanzauber. Tappe oder ein Tappe, eine Kreatur oder ein Artefakt. Tundra-Wölfe. Ein Mana, 1,1 Erstschlag. Aufopferung. Ein Mana, die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur kriegt plus 2 bis 2 of the Legends. Geisterfesseln. Zwei schwarze Mana. Legt jedes Mal, wenn sie getappt wird, eine minus 0, minus 2 Spielmarke auf die verzauberte Kreatur. Diese Marke bleibt auch dann bestehen, wenn die Geisterfesseln entfernt wird. Geil. Steinschlittenfahrer. Ach du Kacke. Beschwörung eines Steinschlittens. Zwei Mana, 3,1. Die Karten sind auch schon, die kommen angeranzt ein bisschen raus. Zwei Mana, 3,1. Verursacht Trampelschaden. Können nicht angreifen, wenn der Gegner keine Gebirge im Spiel hat. Wenn der Schlittenfahrer in der vorigen Runde angegriffen hat, wird er, wenn er es am Tapsium jetzt nicht enttappt. Mein Gott, weil er hier in so einen... Ach du geile Kacke. Und... Düsterwaldkeiler. Fünf Mana, 4,4. Da ist ein fucking Spruch aus der Bibel drauf. Und herausfuhr der Wirrgeist hinein in die Schweine, und die Herde raste den Abhang hinab. Geil. Ich habe keine Ahnung, was da von den Rares gab. Ob es da ob Rares gab. Ich habe... Das ist das... Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.